So, ich bin im FH-Gebäude. Das schaut sehr spartanisch aus. Okay. Das ist eigentlich so ein Muskulier gehabt. Jetzt liegt das Feuerzeug weiter herum. So, wenn man die Hände so haltet, da haben wir ein Menü. Ich glaube, du musst die Handfläche nach oben halten, dass das Menü kommt. Ja, aber es war trotzdem ständig da. Weiß ich nicht warum. Und jetzt? Ah, jetzt ist es gekommen nur mit dem. Früher war es ständig da. Ich glaube, das ist am Anfang zu früh aktiviert, aber passt schon so. So, jetzt öffne ich es einmal. Ich mache es. Jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Und auswählen, probiere ich. Ja. Geht aber nicht. Also jetzt habe ich es. Jetzt mache ich es wieder weg. Irgendwas hat es mit dem Menü. Jetzt gehe ich, ohne dass ich eigentlich zack. Aha. Das ist recht komisch, wenn man nicht gehen möchte. Ja. Und ich gehe plötzlich darauf los, obwohl der Daumen eigentlich nicht sagt, dass es oben hätte. Probier ich das Menü auch. Jetzt ist es da. Probier ich es zu wählen. Ich gehe auf dem Menü auch. Okay. Das tut sich nicht wirklich viel. Aha. Also wenn keine NPCs herumlaufen, schätze ich, dass es die Version von Pranger ist, wo es nur ums Feuer geht. Also jetzt habe ich das Feuerzeug. Ja. Ich probiere es immer zu nehmen. Aber ich komme durch den Tisch nicht durch. Okay. Das ist ein Tisch am Klee. Und jetzt ist das Feuerzeug. Boah. Ah. Ah. Das war jetzt komisch. Jetzt hat es sich noch hergemacht. Aber jetzt habe ich es nehmen können, obwohl ich rein. Mhm. Aber. Ich weiß nicht, wo ich automatisch. Ich meine Juppe. Die habe ich noch gar nicht zu einem Kommando. Das Feuerzeug habe ich jetzt. Aha. Ich bin vorhin schon. Achtung. Du bist schon bei den Kontrollern. Aha. Danke. Danke. Ah. Nein. Also er fährt immer ohne ... ... im Menü. Also irgendwas hat es da mit der Bewegung. Ja. Ich probiere noch einmal Quitt zu machen. Mhm. Ich kann auch nicht ins Menü Quitt. Jetzt habe ich Quitt gedrückt. Jetzt hat es geblendet. Mhm. Das Menü ist nicht ... Jetzt probiere ich es noch einfach noch mal starten. Ja. Mhm. Ein Versuch machen wir noch. So. Jetzt ist es noch drüben. Ja. Ich möchte jetzt zum Feuerzeug gehen. Mhm. Das ist natürlich sehr klein, wenn man nicht weiß, wo es ist. Und ich kann es auch nicht greifen, weil ich nicht weiter runterkomme. Okay. Und wenn ich jetzt zusammen tue, stoße ich beim Tisch an. Jetzt hat es ... Aber es ist eigentlich, wie ich ... Es geht mit dem Feuerzeug da hin. Okay. Das ist auch mit dem Embassys. Okay. Das ist auch mit dem Embassys. Ja. Es geht mit dem Feuerzeug. Ich kann mich zuerst ab. Ja. Ich kann nicht mehr sot. Aber es ist auch nicht mehr so in der Mitte. Mal sehen. Bist du in den Körpersen? Du bist du in der Nähe des Körpersens? Ja! Königst du in der Nähe des Körpersens? Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal.